Heute werden wir in die Programmierung einsteigen und versuchen unseren ersten Sketch zu schreiben. Grundlage ist die Programmiersprache C++. Wer schon mal mit C programmiert hat, für den ist das nichts neues. Wer mit anderen Programmiersprachen gearbeitet hat, muss ich nur an die etwas andere Syntax gewöhnen und für alle Anfänger gehen wir Schritt für Schritt vor. Die Entwicklungsumgebung nimmt uns einen Teil der Arbeit schon ab und schreibt beim Anlegen eines neuen Sketches bereits einen Teil des Codes hin. Jedes Arduino Programm besteht aus den zwei Prozeduren Setup und Loop. Der Begriff Void bedeutet leer und besagt nur, dass die Prozeduren nur abgearbeitet werden und keinen Wert zurückliefern, anders als mathematische Funktionen zum Beispiel. In den Setup Teil kommen alle Anweisungen, die nach dem Einschalten einmalig am Anfang ausgeführt werden sollen. Danach wird der Loop Teil in einer Schleife immer wieder durchlaufen. Das ist notwendig, weil sonst das Programm innerhalb von Mikrosekunden beendet wäre. Auch mein PC läuft in einer ständigen Schleife und er lauert darauf, dass etwas passiert, dass ich die Maus bewege oder eine Taste drücke. Wäre das nicht so, würde das Betriebssystem, was ja auch nur ein Programm ist, hochfahren, kurz den Desktop anzeigen und gleich wieder runterfahren. Unser Programmcode kommt zwischen die beiden geschweiften Klammern. Die Texte, die hier schon drin stehen, sind Kommentare, die nachher beim Kompilieren ignoriert werden und nicht im Speicher des Mikrocontrollers landen. Wir können also so viele Kommentare schreiben, wie wir wollen. Sie sind ganz nützlich, um sich später noch im Programm zurechtzufinden oder die Gedankengänge anderer Programmierer nachzuvollziehen. Einzeilige Kommentare werden mit einem doppelten Slash am Anfang markiert. Sie stehen entweder alleine in einer Zeile oder am Ende nach einem Befehl. Mehrzeilige Kommentare beginnen mit einem Slash und einem Stern und enden mit Stern und Slash. Sehen wir uns mal den Programmcode von unserem Blinkbeispiel vom letzten Mal an. Im Setup wird zunächst festgelegt, welcher digitale Anschluss wie benutzt wird. Das erfolgt mit der Anweisung Pin-Mode. Der erste Wert in der Klammer gibt den Anschluss an. Hier steht jetzt die vordefinierte Konstante für die eingebaute LED, LED-Build-In. Sie hat in unserem Fall den Wert 13, denn die LED hängt am Pin 13. Wir könnten also hier auch einfach dafür die 13 hinschreiben. Der zweite Wert ist entweder Output oder Input. In unserem Fall benutzen wir Pin 13 als Ausgang. Wichtig ist, jede Anweisung mit einem Semikolon abzuschließen. Über DigitalWrite können wir den Ausgang auf High oder Low Potential legen. Auch hier könnten wir LED-Build-In wieder durch 13 ersetzen. Mit der Anweisung Delay wird das Programm für die angegebene Zahl von Millisekunden angehalten. Also hier für eine Sekunde. Die LED liegt mit einem Bein auf Masse, deshalb bedeutet High am Ausgang die LED leuchtet und bei Low leuchtet sie nicht. Der Loopteil läuft in der Endlosschleife und zwischen dem Ein- und Ausschalten vergeht immer eine Sekunde. Mit dem Wissen gebe ich euch eine kleine Aufgabe bis zum nächsten Mal. Wie sieht die Beschaltung und der Sketch für eine Ampelschaltung mit drei LEDs aus? Es sollen ganz normal nacheinander die Ampelphasen rot, rot-gelb, grün und gelb durchlaufen werden. Macht euch mal Gedanken. Bis morgen. Aaaaheins地方 Mario & атemplarate